Hallo Rufi, hier ist Jansen von Latte Passage und ich möchte mich im Namen der ganzen Band bei jedem und jeder von euch bedanken, die uns so großzügig in den ersten Tagen unserer Kampagne unterstützt haben. Wir haben in der ersten Woche knapp 1.000 Euro schon erhalten und wir sind total begeistert und danken euch von ganzem Herzen. Bitte teilt unsere Aktion weiter, erzählt Freunden davon, erzählt ihnen auch, dass wir am 24. Mai unser großes Record Release Konzert haben im Theater Meißen. Also nochmal herzlichen Dank und auf bald.